Und darüber, welche Schrauben man da drehen muss, kann ich jetzt sprechen. Bei unserem Studio hier in Bonn, NATO-General AD Egon Rams. Herr Rams, es ist eine komplizierte Problematik, insbesondere wenn man nicht militär ist, aber wir wollen es dennoch auf Versuch ein klein wenig aufzulösen. Grundsätzlich mal eine Einschätzung. Wir sind jetzt nach einem Jahr Krieg in und gegen die Ukraine. Und wir fragen uns manchmal, wo stehen wir eigentlich? Was ist in diesem Jahr passiert und erreicht worden? Guten Morgen, Frau Arland. Zunächst alles Gute zum Weltfrauentag. Auch für die anderen Zuschauer. Danke schön. Und dann zur Position. Völlig anderes Thema, hätte ich beinahe gesagt. Wir sind in einer Situation, dass wir, wir heißt alle westlichen Staaten, und insbesondere die europäischen Staaten, nach dem Ausbruch des ewigen Friedens in den 90er Jahren, sowohl unsere Bestände an Waffensystemen runtergefahren haben, als auch dann die Munitionsbevorratung runtergefahren haben. Früher war es üblich, dass man einen 90-Tage-Vorrat hatte. 90 Tage ist eine Menge. Und man hat dann angefangen, Munition abzugeben an die Ukraine, auch mit den Waffensystemen. Es wurde gerade im Beitrag die 155-mm-Munition genannt. Das ist die Arteriemunition, unter anderem für die Panzerhaubitze 2000, aber auch für andere Haubitzen, die in der Ukraine eingesetzt werden. Und es besteht ein großer Bedarf aufgrund des großen Beschusses. Und unsere Lagerungen sind runter, ja, schlicht und einfach abgesenkt worden. Und die Produktionskapazitäten der Industrie sind in vergangenen Jahren oder vergangenen 20 Jahren ebenfalls abgesenkt worden. Von daher tut sich da eine Notlage auf, die schwierig in den Griff zu kriegen ist. Notlage ist ein ziemlich umfassender und auch ein sehr deutlicher Begriff, Herr General. Deswegen nochmal die Frage. Also wir haben ja eigentlich in Deutschland schon im letzten Jahr diesen doch enormen Beschluss gefasst des Sondervermögens, des Aufbaus und der Frage, dass wir uns nicht nur finanziell, sondern eben auch materiell in puncto Verteidigung neu ausstatten können. Ist da nichts passiert? Haben wir irgendwas verschlafen? Also ohne Ihnen widersprechen zu wollen, ja, wir haben die Unterstützung zugesagt, wir haben von der Zeitenwende gesprochen. Aber wir haben dann auch lange darüber diskutiert, in dem Falle fast vier, fünf Monate, was wir denn für Gerät liefern an die Ukraine. Und ich bleibe mal bei dem Beispiel der Panzerhaubitze 2000. Dazu haben wir uns dann im Sommer entschlossen, haben dann ukrainische Soldaten ausgebildet. Und ich gebe Ihnen recht mit Ihrer Feststellung, das Ganze ist vor mehr als einem Jahr passiert oder hat sich entsprechend entwickelt. Und von daher hätte man eigentlich vor einem Jahr der deutschen Munitionsindustrie sagen sollen, schmeißt die Bänder an, erhöht die Produktion, geht möglicherweise in einen Mehrschichtbetrieb rein. Das ist nicht erfolgt. Und wenn ich das noch ein bisschen weiter detaillierter analysiere, komme ich sogar zu dem Schluss, dass offensichtlich andere europäische Staaten, auch der deutschen Munitionsindustrie, also zum Beispiel Rheinmetall, einen entsprechenden Auftrag erteilt haben, während wir noch darüber nachgedacht haben. Also die Diskussion jetzt, nach einem Jahr Krieg, kommt ein bisschen spät. Und alles, was man jetzt so beobachten kann an kleinen Meldungen, also man fragt die Schweiz, ob man ausgemusterte Panzer zurückkaufen darf. Und all diese Dinge gehen jetzt da rein, sozusagen in diese verlorene Zeit und können darunter mit subsummiert werden. Wenn wir jetzt ganz generell nochmal fragen, es wird unheimlich viel Munition verbraucht, wie blank stehen wir, wie blank steht die NATO da? Also wenn mein Kenntnisstand richtig ist, mit aller Vorsicht würde unser Munitionsvorrat für zwei Tage reichen. Das sind nicht die 90 Tage, die ich vorhin angesprochen hatte. Von daher haben wir einen Bedarf, einmal um die Ukraine zu unterstützen. Das ist im Augenblick das Dringendste, würde ich sagen. Und wir müssen weiter darauf achten, dass wir unsere Munitionsbestände, für unsere Truppenteilung und Einheiten, das gilt wieder, für die gesamten europäischen NATO-Staaten entsprechend auffüllen. Ja, Munition ist das eine, Mann und Maus ist das andere. Wir haben gerade Boris Besurius angesprochen auf seinem Truppenbesuch an der Ostflanke. Da hätte natürlich Litauen ganz gern irgendwie so eine Bataillonsstärke, 5000 Mann. Er war zögerlich. Das sind natürlich auch immer diese Fragen, Kriegseintritt und so weiter. Wie nah ist man dran? Wo sehen Sie die Schwelle? Also vom Kriegseintritt sollte man in diesem Falle nicht reden. Die NATO ist ein Verteidigungsbündnis. Und die NATO hat während des ganzen zurückliegenden Jahres sorgfältig darauf geachtet, immer wieder deutlich zu machen, dass es darum geht, dass die NATO NATO-Territorium verteidigt. Und die NATO hat bisher noch kein Land angegriffen, wenn man das mal in dieser Form so sagen darf. Von daher sage ich mal, dieses Risiko sehe ich nicht. Aber es muss an diesem Thema schlicht und einfach weiter gearbeitet werden. Die NATO muss ihre Position in der Richtung halten. Und wir müssen vielleicht auch ein bisschen berücksichtigen, dass der Wladimir Putin, der Präsident der Russischen Föderation, das mit Argumenten ausnutzt, die auch bei uns in die Öffentlichkeit ganz bewusst reingebracht werden. Stichwort Kriegsgefahr, NATO-Kriegstreiber, wir fühlen uns umzingelt und dergleichen Dinge mehr. Das entspricht einfach nicht den Tatsachen. Wir können noch einen kurzen Schlusspunkt machen, Herr General. China, Peking ist für uns alle nicht gut lesbar. Aber wie gefährlich ist das sozusagen, die möglichen Überlegungen mit Waffen zu unterstützen? Also wenn ich die letzten Erklärungen von China sehe, bis hin zurück zum G20-Gipfel vor einigen Monaten, muss man jetzt schon fast sagen, dann ist China im Augenblick noch zwar in einer Unterstützungsposition für Russland, aber bisher in diesen Fragen noch nicht aktiv geworden. Und von daher glaube ich, dass beispielsweise auch der Hinweis von Präsident Biden oder von den Amerikanern, sie sollten sich aus dem Thema raushalten, sonst würden weitere Sanktionen däuren. Ein ganz wichtiger Punkt ist, um China deutlich zu machen, dass man sich aus diesem Konflikt zumindest mit aktiven Handlungen raushalten sollte. Im Hintergrund ziehen die Chinesen ihre Fäden. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Ganz herzlichen Dank für diese Analyse heute hier am Internationalen Frauentag. NATO-General ade Egon Rams. Danke für Ihren Besuch im Studio. Ich bedanke mich. Danke. Vielen Dank.